In der letzten Folge haben wir gelernt, was der Einstieg in die OOP ist und in dieser Folge lernen wir, was Getter und Setter ist. Ja, was die beiden nämlich machen ist, wir wollen von unseren Printinfos nur eine bestimmte Info, zum Beispiel nur das Alter und wollen das auch bearbeiten können. Und an der Stelle kommen Getter und Setter ins Spiel, nämlich die machen, dass dieser eine Teil nur bearbeitet werden kann und auch angezeigt wird. Heißt, wir können jetzt erstmal hier unsere Tim.Printinfos rauslöschen. Und zuerst fangen wir einmal an mit einer neuen Methode, also mit dem Getter und die heißt so, Public String und jetzt kommt der Getter. Get und was wollen wir haben, jetzt zum Beispiel Name. So, und ihr seht, das Ganze wird rot angezeigt. Das wird gemacht, weil da drin steht nichts, da drin wird nichts gemacht. Und wir wollen ja den Namen zurückgeworfen im Grunde bekommen. Also, sagen wir einmal Return Name. Und wenn wir das Ganze jetzt ausführen würden, würde noch nichts passieren, weil wir ja nicht diese Methode ausführen. Das Ganze müssen wir nämlich jetzt in der OOP-Methode machen. Ich habe gesagt, wir wollten das Ganze auch einmal ausgegeben bekommen haben. Das machen wir mit system.out.println. Und dann Tim.getName. Und jetzt können wir einmal auf Speichern gehen und das Ganze einmal ausführen lassen. Und ihr seht, sein Name wird hier oben in der Konsole ausgegeben. Und ja, das ist im Grunde der Getter. Und wir wollen das Ganze noch automatisieren. Also, wir wollen einfach wissen, wie ist der Name und wie ist das Alter. Das Ganze machen wir einfach, indem wir jetzt zum Beispiel das Alter haben wollen, wie gesagt. Und dann schreibe ich hier einmal GetAge hin. Das Ganze wird jetzt als falsch markiert. Aber wenn ich jetzt Steuerung und... So, das Ganze könnten wir dann mit Steuerung und Leertaste vervollständigen. Und können das Ganze auch in der Boot.java zu GetAge umändern. Wenn wir das Ganze jetzt einmal ausführen, seht ihr, wird das Alter ausgegeben. Der GetAge holt die Information. Der Setter setzt die Information. Und um den Setter werden wir uns jetzt kümmern. Nämlich den Setter können wir genau wie den Getter vervollständigen. Was wir jetzt einmal machen werden. Nämlich da werden wir einmal das Alter setzen. Das heißt, wir SetAge schreiben wir. Und dann wieder unser geliebtes Steuerung und Leertaste. Und doppelklicken das einmal. Dann wird das Ganze hier zu einer Methode vervollständigt. Das sagt, öffentliche Methode. SetAge heißt die. Und da wird das Int H genommen. Also, dann steht hier etwas, was wir schon mal hatten. Da steht nämlich SysH gleich H. Das war hier oben auch nochmal mit SysName gleich Name. Damit wird nur festgelegt, dass ganz oben das Alter genommen wird. Und nicht das hier unten bei unserer Methode. So, dann in unsere Boot.java können wir Tim.SetH schreiben. Dann können wir jetzt ein Alter bestimmen, sagen wir. Der ist jetzt auf einmal 16. Dann können wir das auch direkt danach einmal abfragen nochmal. Einfach den Gefehl kopieren und einfügen. Speichern und ausführen. Und ihr seht, er wurde von 18 zu 16 umgeändert. Und das war die heute Lektion. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten. Tschö. 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 Tschö.